Weißt du noch irgendwas von gestern Abend? Hab ich etwas aus dem Nähkästchen geplaudert? Du hast mir gesagt, dass du nicht wirklich Urlaub machst. Dass du seit einem Jahr einen Job suchst und das mit deinem Freund Tim nicht hingehauen hat. Du bist unberechenbar. Dein Zeug steht gepackt im Schlafzimmer. Was? Und da du kein Geld hast, wolltest du wieder herziehen. Sonst noch was? Du erinnerst dich an nichts mehr? Kriegst du auch dieses Kribbeln, wenn man gerade einen Moment erlebt, in dem Geschichte geschrieben wird? Ist was? Das ist nur so ein kleiner Tick. Ich hab da so ein Jucken. Oh mein Gott. Da war's wieder. Am selben Ort, zur selben Zeit. Und dann hat es so ein paar komische Gesten mit der Pranke gemacht. Gleich werden euch Jungs die Augen übergehen. Es tanzt. Und es tanzt wie... Ach du Scheiße. Autsch, was war denn das? Ein Helikopter. Ja wie, so mit Pilot und alles? Ich fühl mich furchtbar. Eine gute Show. Erstmal zurückhalten. Oh Gott, die gucken schon. Sie ist das Monster. Was? Ja. 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 Ich bin jemand. Vielen Dank.